Wichtig ist es, ADHS zu erkennen und das möglichst früh im Kindesalter, um rechtzeitig Hilfen und Unterstützung einzuleiten. Also einen speziellen ADHS-Test gibt es nicht. Also das wird häufig gefragt, ich möchte mein Kind auf ADHS testen, machen Sie mal den Test. Die Diagnostik setzt sich aus verschiedensten Bausteinen zusammen. In einem Gespräch mit den Familien und den betroffenen Kindern werden erstmal die Kinder und die Eltern ausführlich zu den Problemen in der Schule, im Freizeitverhalten und auch in der Familie befragt. Die Lehrer werden häufig ebenfalls befragt, häufig mittels Fragebögen, die wir ausgeben. Zusätzlich werden für die Untersuchung der Kinder und Jugendlichen verschiedene Leistungstests eingesetzt. Die Verhaltensbeobachtungen der Kinder und Jugendlichen in den Untersuchungen sind ebenfalls sehr wichtig und sehr aufschlussreich. Da lassen sich auch viele wertvolle Hinweise finden und letztendlich ist auch nochmal die Fragebogendiagnostik der Eltern und der Kinder auch ganz, ganz wichtig. Und am Ende des ganzen Prozesses findet eine Auswertung aller Ergebnisse statt und die werden auch mit den Familien, also mit den Eltern und den Kindern und Jugendlichen ausführlich besprochen. Also es gibt ja keine spezifischen Tests, mit denen man eine ADHS wirklich sicher bestimmen kann. Also sammeln wir mit allen Tests, die wir machen, Hinweise. Und regelmäßig gehört als ein Baustein dazu für die Diagnostik ein Konzentrationstest, der bei uns immer am Computer stattfindet. Das heißt, es gibt eine einfache Aufgabe, die aber für Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstörung oft sehr schnell sehr langweilig werden. Und wir gucken in diesem Konzentrationstest dann, ob die Kinder trotzdem bei dieser langweiligen Aufgabe bleiben können. Das ist für uns ein deutlicher Hinweis. Wir testen mehrere Dinge in diesen Tests. Also zum einen, wie schnell die Kinder reagieren, wie kontinuierlich sie arbeiten und ob sie Ergänzungsfehler machen oder Auslassungsfehler machen. Und das können Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstörung regelmäßig schlechter als Kinder ohne eine Aufmerksamkeitsstörung. Ein weiterer Baustein in der Diagnostik, der uns auch ganz entscheidend wichtig ist, sind immer die Leistungsteste. Das heißt, wir messen die Intelligenz. Und wenn die Intelligenz anders ist als die Dinge, die Kennzeichen sind für eine Aufmerksamkeitsstörung, wenn da ein großer Unterschied ist in den Ergebnissen, dann bekommen wir weitere Hinweise, die wichtig sind für uns. Wird die ADHS-Symptomatik zum ernsten Problem, können Familien bei Erziehungsberatungsstellen, Jugendämtern, Ärzten und Therapeuten um Hilfe bitten. Zudem gibt es bundesweit zahlreiche Selbsthilfegruppen, sowohl für Eltern als auch für die Betroffenen selbst. Der ADHS Deutschland e.V. ist eben ein eingetragener Verein, im Grunde ein Dachverband von zahlreichen Selbsthilfegruppen, die für Betroffene selbst mittlerweile, weil es eben auch durchaus eine ganze Reihe von Gruppen gibt für Erwachsene und eben Angehörige, oft Eltern eben von Kindern mit ADHS, eine Unterstützung bieten. Im Grunde ist es zweigeteilt. Das eine ist diese Selbsthilfe, wo jeder mit jedem spricht. Wir haben natürlich die Gruppen, wir haben aber auch Internetberatung, wir haben Telefonberatung. Und der zweite Teil ist eben, dass der Verband auch die Aufgabe hat, letztlich für eine Öffentlichkeitsarbeit zu sorgen, damit die Akzeptanz für ADHS verbessert wird. Die professionelle Behandlung ist heute breit aufgestellt und nicht auf die Einnahme von Medikamenten begrenzt. Hier gibt es zahlreiche erfolgversprechende Therapien, von Gruppenangeboten wie Psychomotorik und Ergotherapie bis zur individuellen Verhaltenstherapie. Ja, es geht zum einen darum, dass man diese Diagnose erstmal stellt und dann einfach auch eine Erklärung geben kann, was sind denn die Besonderheiten von ADHS, worin bestehen die Schwierigkeiten von ADHS. Und das muss man auch kindgerecht machen, dass einfach auch die Kinder ein Modell davon kriegen, dass sie das greifen können. Was ist denn mit meinem ADHS? Warum habe ich das? Was sind die Auswirkungen davon? Dass man natürlich auch den Eltern Unterstützung gibt, wie gehe ich mit den ADHS-Symptomen um, dass man mit den Lehrern spricht und erklärt, worin die Schwierigkeiten der ADHS-Kinder bestehen. Der nächste Schritt wäre dann eben auch stärken, fördern. Und das ist ganz wichtig, dass man ADHS eben nicht nur als Defizit begreift. Ich sage immer, ADHS ist eine besondere Art zu sein. Ein guter Platz in der Gemeinschaft finden, Sportvereine, Fahrtfinder, Musikvereine. Und das alles ist oft für ADHS sehr wichtig, weil man da einfach auch soziales Training hat, weil man auch da gute Erfahrungen machen kann, wenn man etwas gut kann. ADHS-Kinder haben oft wenig Erfahrung von Erfolg und den brauchen sie dringend. Und das ist schade, wenn sie einfach immer nur Misserfolge und Niederlagen haben. Und hier brauchen sie eine besondere Unterstützung. Nächster Punkt wäre eben Elterntraining. Eltern brauchen oft auch ganz konkrete Anweisungen. Wie gehe ich um mit problematischem Verhalten? Wie gehe ich um mit Trotz, mit Wutausbrüchen? Dass sie eben angemessen ihr Kind unterstützen können. Es gibt dann auch spezielle Konzentrationstrainings für Kinder. Es gibt auch Verhaltenstherapie. Und man muss einfach gucken, wie fördert man individuell das Kind? Das muss man einfach von Kind zu Kind sehen, welche Behandlungsschritte es bedarf. Und als letzter Schritt wäre eben auch die medikamentöse Behandlung. Die kann eben oft auch hilfreich sein, dass ein Kind überhaupt erst in der Lage ist, Erfahrungen aufzunehmen und auch dann in seinem Leben umzusetzen. Seitdem ich jetzt alleine wohne, habe ich auch mit dem Gedanken gespielt, ob ich tatsächlich auch mal ohne die Medikation mal leben möchte. Und das war für mich weniger eine Frage, will ich abhängig sein von Medikamenten? Das war für mich mehr eine Frage, schaffe ich es? Schaffe ich die Aufgaben, die die Gesellschaft mir entgegenwirft? All die gesellschaftlichen Erwartungen, für die ich partout einfach gar überhaupt nicht motiviert bin, die zu tun und die zu erfüllen, dann schaffe ich das tatsächlich alleine nicht ohne Medikamente. Was ich aber für mich selber sage, für mich helfen die Medikamente normal zu wirken, dass ich mich auch wohlfühle, dass ich meinen Chaos in meinem Kopf nicht mehr so stark spüre. Es hilft mir einfach, fast, ich sage es jetzt mal einfach mal so, normal zu sein, dass ich quasi dasselbe kann wie andere Menschen. Wichtig für die Betroffenen ist die Struktur im Alltag. Wie räume ich auf? Wie mache ich Listen, um nicht alles zu vergessen? Wie fange ich eine Aufgabe an und zwar rechtzeitig? Was ist wichtig? Worauf muss ich mich konzentrieren? Was lenkt mich ab? Gerade für Kinder, die Schwierigkeiten haben, ihr Verhalten selber zu kontrollieren, sind natürlich äußere Strukturen, die letztlich ein bestimmtes Verhalten auch ganz natürlich machen, weil es in gewisser Hinsicht vorgegeben ist, extrem wichtig. Das heißt jetzt für den Alltag in der Familie, dass man bestimmte Regeln aufstellt, die dazu führen, dass man nicht so viele Alltagskonflikte letztlich hat. Die ADHS ist eine besondere Art zu sein und gehört zu der Persönlichkeit der Betroffenen. Es ist eine Herausforderung für jeden Einzelnen, damit sein Leben lang einen guten Weg zu finden.